Ah, da sind tatsächlich drei Geschütze kaputt. Fuck. Eisenplatte, Kofferplatte, Zahnräder. Ja, ich brauch mal ein neuer. Ja. So, wird jetzt erstmal wieder gebaut. Mhm. Oh, da wird gleich so viel Kupfer kommen. Bin ich jetzt grad richtig, dass das die Zuführer sind, die das wieder in den Kreislauf geben? Ja, sind sie. Das ist klar. Let's begin. Ähm. Kannst du mal bitte rüber gehen, rote Schienen und rote Tunnel holen? Mal so drei Stacks jeweils. Na, wobei, mach mal zehn Stacks rote Schienen, drei Stacks rote Tunnel. Pervers, einfach nur pervers. Ah, rote Tunnel sind da oben, alles klar. Wow. Oh, da wird's wegtransportiert. Ja, das passiert manchmal. Ja, das passiert manchmal. Oh, da wird's wegtransportiert. Aber willst du das mit den roten Bändern machen? Ja. Machst du halt Eisen auch irgendwann mal mit den roten Bändern oder lästert so? Ähm. Die Zuführung habe ich ja schon mit den roten Bändern beim Eisen. Nur halt nicht den, äh, den, äh. Herzfluss? Genau. Okay. Achso, bevor ich schon vergessen, ne? Happy Hanukkah. Ähm. Hast du recht, ja. Frohe Weihnachten. Hm. Ich bin schon mehr für unsere Sache, ne? Ja, erstmal reicht's, danke. Erstmal, für die ersten 20 Meter. Ich bin nicht auch schon bereit heute. Die Metal starts playing. Bitte geh aus meinem Hirn. Nee. Hast du schön vererst, der Dude? Kannst du mir mal, willst du mir einen Gefallen tun? Nein. Was denn? Was denn? Was denn so? Ähm. Holst du dir mal mit tatsächlich doch rote Bänder und rote Tunnel und, äh. Ersetzt mal alles, ja, was ich dir jetzt im Prinzip zeige, durch rote Bänder. Ja. Und Tunnel? Ja, ne? Oh, 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 oh. Ja, nimm mal einen Stack zur Vorsicht mit. Viel mehr wirst du nicht brauchen. Zu spät, ich hab schon fünf mit. So, was kann ich tun? Vor allem, wo bist du? Ich mach's nun doch in, äh, roten Bänder. Okay. Was speichern. Wofür soll ich jetzt die Bänder und Dinger mitnehmen? Um dir die dann gleich zu geben, oder was? Ne, 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 du machst jetzt was, äh, oben an der Produktion. Oh nein. Wenn, wenn du dann möchtest. Ja. So, und zwar erstmal die Lane hier, wo ich jetzt draufstehe. Ja. Ab dem Punkt, wo die hier rauskommt, aus dieser Schütte. Oder von mir aus hier unten, ab dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Ja. Machst du rote, rote Dinger. Ja. Also quasi ab hier. Alles klar. So. Du kannst die ruhig stehen lassen, die Gelben. Wenn du die einfach, äh, wenn du ein rotes in die Hand nimmst und drückst da mit rechts drauf, dann wird das quasi sofort ausgetauscht. Identisch bei den Tunneln. Rechtsklick. Ja, genau. Du suchst das aus und gehst mit rechtsklick drüber. Ne. Ach, Blödsinn. Mit linksklick natürlich. Ach, klar. Jetzt hat sich alles verschoben. Warte. Ja. So. Weißt du? Zack. Kannst du nämlich einfach drüber bügeln. So. Und das machst du mal bis, äh, bis inklusive hier oben die Dinger. Die mach ich aber schon mal. So. Ich bin doch noch auf der Regime Deine, oder? Ja. Ja. So. Das ist jetzt alles rot. Oder was? Ja. Ja. Das sind jetzt die Zubringer. Das ist jetzt bis hier hinten alles rot, ja. Okay. Und das hier noch? So das hier, ne? Ja. 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 Kann ich machen. So. Dann muss ich mir überlegen, wenn wir dann hier schnell rankommen, dann müssen wir auch hier schnell weiter. Heißt? Er hat die Anziehtrisse. Ah, lol. Ich hab das in die falsche Richtung laufen lassen. Das ist nicht gut. Nee, my dude. Okay, das kann so bleiben. Das ist geil, wie man das einfach direkt ersetzen kann. Ja. So. Die zweite Hälfte ist auch direkt rot. Ja. Ich baue jetzt noch Verteiler. Ja. Ja, die Lane hier kann man komplett abbauen. Da ist nichts mehr. Soll ich hier die Zufuhr auch in rot machen? Welche? Die hier. Oder brauchen wir die nicht? Das ist ja nur die Rückführung. Das ist die Rückführung, genau. Die bleibt erstmal so. Gib mir ne Sekunde. Ich muss nochmal schnell durchblicken jetzt. Ich baue das mal ab. Weil, wie gesagt, das ist nichts mehr. Hier wird auch nichts mehr geliefert, ne? Nee, die ist auch leer. Das ist krass, ne? Ja. Wie viel da schon weg ist. Und das nur bei 32 Stunden Spielzeit in vier Tagen. Ja. Ja. Ich würde das nhữngmal hier aufbauen. Ja. Einer. Ja. 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 Meist. Ja. 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 Wie machst du denn die Rückführung, wenn die ganzen Items von unten kommen? Bleiben dann die drei Lanes? Was? Wenn die... Wenn das Zeug von unten kommt, wie machst du das dann mit der Rundführung? Die kommen hier in den Kreislauf rein, die Sachen, und bleiben drin. Okay. Ich hab mich jetzt nur gewundert, weil du ja jetzt Lanes abgebaut hast. Achso, ja, aber drei sind ja noch da für den Kreislauf. Ah, okay. Ich bin nicht außerhalb der verdammten Reichweite. Wir haben Öl gefunden. Ja, was wir noch nicht abbauen können, weil wir sonst werden wir zu fucking Garnelen spießen, ja. Ja. Ja, wie gesagt, die Kacke lagen die Pullen sich mit meiner Brille unser Fleisch auszuzähnen. Und das ist ein bisschen Kacke. Ja. Und die werden freudig grinsen. Also, ja, wie gesagt. oh lol nicht gut was ist denn kein strom und keine dinger mehr keine dinger mehr keine keine geschützt immer mehr kommst du zu rechnung muss ich helfen alles gut platziere jetzt wieder neu und hoff das beste die haben es alle wieder munition gucken wie lange jetzt gott sei dank ist munitions kreislauf noch einiges das ist sehr gut uns hat man wahrscheinlich schon längst größere probleme ja 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 hast du jetzt alles in rot getauscht ja ich versuch's gerade ich will nur dass das ding gleich nicht überlastet ist wenn neuer stuff kommt das wird das sein ja nicht immer das schaffen dass wir vernünftig zu pushen ich habe jetzt schon mehr kupferplatten unten auf dem band gesehen nur weil wir angefangen haben durch rote bänder laufen zu lassen ja 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 wei ja 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 Sollern. Landminen hast du begonnen, oder was? Ja. Oh nein. Wart dann. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Hier und hier. Guck mal hier. Wofür ist denn der Tunnel? Auch Kohle. Mhm. Ach du Scheiße. Ich glaub hier muss noch hier muss hier muss ein Tunnel hin. Ja. Aber was ist denn das hier? Das hier. Das ist eine Kohlezufuhr. Erz? Das ist das. Doch, das ist Erz. Unten ist Erz. Ja, dann ist das hier Erz, wo jetzt gerade nichts ankommt, weil... Nicht verbunden. Und wo auch immer. So, von hier. Hier und dann kommt das von hier oben, von hier unten. Von hier, von hier. Ah, hier. Weil hier nichts ankommt. Guck mal hier. Das ist, äh... Die Arme laufen. Nee, aber guck doch mal. Der kommt doch aus dem Tunnel gerade raus, wo er ja gar nicht rauskommen kann. Ach Scheiße. Ah, fuck. Warte. Hier kommt... Hier kommt... Hier kommt was raus. Läuft in den Tunnel rein. Dann läuft das hier durch. Wo läuft der hin? In den Tunnel, dann hier rüber. Der Tunnel hat kein Gegenpart mehr. Wer läuft da hin? Dann läuft das hier. Der Tunnel. Okay. Der Tunnel hat uns ... Ich bin dran. Der Tunnel ... Dann lebt das hier. dahin. So, jetzt stimmt das wieder. Der hier. Hahaha. Es geht nicht. Zu weit weg? Nee, der übernimmt den nächsten Tunnel. Scheiße. Oh, hast du gerade abgebohrt? Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020